warum ach so dass sie war direkt vor meiner schnauze was hat das an weiß nicht hartnäckig diese hier sind wir doch schon mal gewesen sind wir schon wieder hier laufen immer im kreis sie haben neue levels haben die aber auch nicht gemacht ihr das spiel mann 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 warum auch immer ja ja das war ganz was macht ihr mal schön da muss ja voraus gehen und hier ist nicht wenn es ich fange mir doch hier unten nichts ein du hast mit der taschenlampe aber nur begrenzte sicht da muss echt mal da bist du gut da guckst du schon mal da guckst du schon mal schwer also auf jeden fall denken wir haben wir alles ich spiele es echt mal ich war sehr unterhaltsam sehr sehr unterhaltsam ach so das ist dieses ding was dadurch dass die raumschiffe scannt aber ich finde es interessant dass die ich finde es interessant ich finde es interessant aber wenn ich jetzt müsste wie diese eine teil dieses dieser vor alien film da sieht die auf irgendein planeten ja da ist irgend so ein weißer typ der dann hinterher da durch die gegend läuft den sie da sind tätig oder was er die ganze zeit auf dem raumschiff alleine ist da und seine übungen macht und so weiter und hinter die ganze kolonie auch weg dann wo die auch diesen komischen planeten sind und ja der hat hinter das raumschiff die kunden ja das raumschiff wo wir gerade darum spazieren dieses was ich euch mal gezeigt habe in der folge zuvor du bist du da hier sind das hinterher im triebwerk ist beschädigt aber ich kann mich in der luft halten Luis keine helfe unter Verstanden 6 five ich glaube wir können noch eine weile weiter kämpfen wir müssen die flugkampel auszeiten sonst gehen wir alle drauf Kästen wir knacken uns um die kanonen los für diese kanone brauchen wir was größeres kann jemand ein RPG beschaffen Ich muss nachladen. Ich muss aber die Knarre wieder wechseln, weil ich würde mir die schon ein bisschen behalten, weil ich der Andro schrot kann. 650 Schuss, die, 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 42, machen wir die hier. Oh, das moderne Teil, mit 8 Schuss, sehr geil, sehr nice, sehr schön, sehr fett. Oh, warte mal, wie schalten wir das Ding denn aus? Ich weiß nicht, warum ich... Ja, Mann, 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 die Texturen hier hätten sie aber besser schneiden. Oh, warte mal, Mann, die Texturen hier hat. Oh, warte mal. 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 Schlimm, schlimm, schlimm. Schade, dass man hier nicht nochmal so ein Vlog hat oder sowas. Oder so ein Audio-Lock, meine ich. Okay, voll. Das ist gut. Die laden wir jetzt, die laden wir jetzt mal nach. Okay, hier ist er nicht hier. Irgendwo müssen wir jetzt gleich hin. Okay, da geht's nicht lang. Ja, er geht wieder, anstatt dass er rennt. Oh, weia. Was haben wir denn hier? Was mach ich damit? Raider 6-5! Der Luftraum über uns ist frei. Die Kanone ist deaktiviert. Verstanden Winter, gute Arbeit. Sind auf dem Weg zu Königin. Zwei Kanonen machen uns noch Schwierigkeiten. Cool bleiben. Verstanden, 6-5! Wir suchen die zweite Kanone. wir rennen da einfach rein alle waren an bord damit will mann 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 ok 1 tiefer hat man auch so untergehen können jetzt sein ernst ich habe zwei zweimal eine schrotflinte dabei das geht gar nicht dann muss das mal wechseln danke ich würde mich wundert das ja mini ganz ne und taugen nix ok aus mehr ja 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 wir werden immer laufen geht ja auch mal kaputt moment da war noch die richtige waffe für das wird einfach mal die felsen weil die texturen hier die sind ja mal wieder geil habe ich gerade im film gesagt so diese karre dieser knarre ist ja ja auch sammeln die müssen außen fertig werden jetzt hier laufend ausruhen aber was immer sehen rennen einfach mal er geht wieder nur diese scheiß gehe rein okay voll 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 aber auch nicht mehr so jetzt aber schon wieder so ein ding die zweite flugabwehr ist deaktiviert haben sie die königin gefunden wir haben sich kontakt aber eine kanone schießt immer noch auf uns wir sind noch nicht in reichweite der letzten kanone wir nähern uns aber wie läuft es da oben als statt dass die schießen man er könnte kotzen pfeifen man was für pfeifen und dann auch noch ab entschuldigung dass ich gerade so ein wenig ich meine das sollte ja eigentlich schönes let's play werden aber hey alter mit solchen stösels ne oh man ey wäre einfach mal praktisch wenn ihr euch mal so eine schrotschlitze zulegen würdet ihr zwei tüten was hast du denn da geht doch nicht da 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 die haben Ich muss nachhören. was hier echt viel immer das war aus damit die nicht abgeballert werden hier so wird jetzt wo jetzt hin dadurch das war das war die nicht